Hallo Freunde, heute werden wir einen mega leckeren Salat machen. Das ist mein absoluter Lieblingssalat. Dafür brauchen wir Römer-Salat, Gurken, Kirschtomaten, Kresse, Avocado, frischen Parmesan, Chilischote, eine halbe Zitrone, Tofu, eine Frühlingszwiebel, Nüsse, Senf, Cranberries, Olivenöl und ein bisschen Sojasauce, um dann den Tofu abzulöschen und natürlich Salz und Pfeffer. Als erstes fangen wir damit an, den Tofu zu würfeln. Ihr könnt auch längere Streifen machen, aber mir schmeckt so einfach am besten. Danach waschen wir den Salat und platzieren ihn auf einen schönen großen Teller. Da macht es mir Spaß zu essen. Geben die geschnittenen Kirschtomaten und die geschnittene Gurke hinzu. Danach kommt die Frühlingszwiebel, die ich in Scheiben schneide und auch zum Salat hinzugebe. Danach kommt die Avocado. Hier macht ihr die Haut natürlich ab, die schmeckt nicht und würfel das auch nochmal. Ich mag zu große Avocado-Stückchen nicht, deswegen schneide ich sie recht klein. Aber auch nicht zu klein, sonst wird es matschig. Dann auf dem Salat verteilen und die Chili ganz klein schneiden. Die brauchen wir nachher für die Soße. Legen wir aber erstmal beiseite. Die Tofu-Würfel könnt ihr dann in einer kleinen Pfanne bei ganz wenig Öl anbraten. Und wenn sie ein bisschen angebraten sind, dann löscht ihr das Ganze mit ein bisschen Sojasauce ab. Und mischt das alles noch ein bisschen und legt das zur Seite, damit es abkühlen kann. Dann geben wir die Cromberries hinzu. Nehmt nicht zu viele, sonst wird es zu süß. Und eine Nussmischung, extra für Salat, habe ich vom Aldi. Und Kresse, super lecker beim Salat. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Gebt dann den abgekühlten Tofu hinzu. Das sieht schon sehr lecker aus. Ich musste ihn mal wieder machen, den Salat. Und dann kommt als Topping frisch geriebener Parmesan drüber. Für die Soße Senf, die Chilischoten, die wir vorher geschnitten haben. Olivenöl. Wir könnten auch anderes Öl nehmen. Pfeffer. Und Salz. Alles gut durchmischen. Und dann kommt noch die halbe Zitrone dazu. Und dann alles über den Salat verteilen. Und ich wünsche euch einen guten Appetit.